SO ELOLO, Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Käfig. Heute spielen wir Minecraft Käfig. Minecraft Käfig. So, das Spielprinzip hier ist ganz easy. Wir sind ja... Hey, geil, Leute! Richtig riesig. Ja, wir sind die World Border und nicht... Hör auf zum... ELOLO, du bist ein Österreich-Käb? Ja, ich hab so ein Österreich-Käb von euch gesehen. Ey, lol. Seh ich gerade erst mit grünen Dings. Oh, lol. Oh, lol. Taking Inventory. Ja, genau. Wie man hier gerade sieht, wenn man hier z.B. Swift Flow hier gerade gemacht hat. Taking Inventory. Ey, schau mal. Komm mal zu mir. Wir haben beide selbe Cape, nur die Füllung ist anders. Also, lol. Stimmt, ja, lol. Soll ich noch gar nichts auffallen. Ey, voll cool, ey. Äh, her und jetzt? Äh, genau. Ähm, wenn man einen Chiefmanzen macht, ähm... Ja, da kannst du mir mal runter bauen, irgendwie. Äh, lol. Wir können runter auch. Äh, nicht komplett straight runter. Äh, dann, wenn man Chiefmanzen macht, dann wäre praktisch der World-Bauder wird hier nachher größer. Und, wie man da vorne schon sieht, äh, ich kann hier nicht weitergehen. Das geht nicht. Er lässt du eine Treppe machen. Er lässt du eine Treppe machen. Äh, und, äh... Er, wir sind im Käfig, wir sind jetzt die Tiere. Ja, wir sind so im Käfig. Oh, oh, sorry. Ah! Hier ist die Treppe. Was machst du? Also, hier ist die Treppe. Ich mach die Treppe, schau. So, ich glaube, wir brauchen Holz einmal. Warte mal, geh mal weg hier. Woher denn? Warte, schau mal. Du kannst mal Achievements schauen. Was ist das Nächste? Getting Woods. Woher kriegen wir Holz? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Raum unten. Es sollte eigentlich nur ein Raum unten sein. Ja, wir haben jetzt gleich ein Problem. Oh, oh. Äh, warte mal. Ich glaube, ich kann mich mal nach unten bauen, hoffentlich. Warte, hier ist Stern. Hm, warte mal kurz. Da vorne ist Holz. Hier ist Holz bei mir. Warte, hier ist ein... Wie kommst du da hin? Hier ist ein Shrub. Heißt, hier ist irgendwas oben, oder? Achievements. Äh, Taken. Taken. Kannst ja mal schauen, ob da irgendwas ist. Nee, oder? Ist nichts unten. Oh, oh, du baust hier schon ab. Oh, oh. Warte, ich geh mal auf hier auf den Quarzprogramm. Sonst kann man nichts machen, glaube ich. Soll ich mir einfach gerade runterkrammen? Ja, wenn du... Ich glaube, da ist... Irgendwann so... Kiste, Kiste, Kiste. Ist da was unten, was Gutes? Raum der Monumente. Raum der Monumente. Clay, Holz, Tools. Oh, alles mal. Easy. Oh, ja, Room of Monuments. Ja, nimm mal die Chester mit. Ja, warte, die Spielzeit gehört nur One-Hit. Ja, stimmt. Ja, warte mal. Also sollten wir mit was abbauen, was wichtig ist. Okay. Wir müssen ja keine Holz. Da ist auch runter. Zwei drunter? Ja! Er ist ein Iron-Oar. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, aber wir brauchen irgendwie Holz. Das bringt uns noch nichts, wir brauchen... Ja, aber wir müssen... Wir müssen hier mit dem... Mit die Tools müssen wir weiterkommen irgendwie. Wir haben Dings hier. Was hast du bekommen? Gibst du irgendwas in K? Ich habe ein Schwert. Goldnuckets habe ich viel bekommen. Ein Stick, Wooden, also eine Schaufel, ein Holz, aber ich glaube... Also eine Spitzhack, aber ich glaube die... Spielen wir die mal richtig? Muss man sich runtergrabben? Ich denke... Doch, hier ist Holz! Ist hier Holz, wirklich? Nice! Ist sie? Ja, doch. Hier ist auch Clay und eine Tür. Aber das haben wir doch nicht. Okay, warte mal schauen, was das nächste ist. Getting Wood. Crafting Table. Genau, craften wir mal ein Crafting Table. Hier ist eine Tür. Hier ist doch ein Chest, Flo. Ja, warte, wir müssen das gut einsetzen, das Holz. Hier ist ein Äpfel, Äpfel und so. Hier haben wir... Regular Potato. Nee, ist nicht Poisonous Potato, Flo. Lassen wir hier so eine kleine Base bauen. Äh... Hier ist noch irgendwie Holz. So. Okay hast du... Äh... Ja, ich habe alles da, wenn du willst. So. Time to strike. Okay, wir müssen jetzt irgendwas craften. Müsst jetzt... Stimmt, mach ein Schwert. Mach ein Schwert. Ich mach mal eine Spitzhacke, weil Schwert haben wir schon eigentlich. Okay, time to mine. Ja, oder Spitzhacke. Okay, okay, okay. Time to mine. Okay, eigentlich... So. Warte mal, schau mal oben. Wir brauchen irgendwie Steine. Schau mal du oben, weil oben war noch ein Chest hier eigentlich. Mach ein Schwert, dann kriegst du nochmal. Time to strike kriegst du dann. Time to strike. Dann können wir da ran. Okay. Oh, nice. Können wir da ran? Nice. Water bottle. Noch mehr Holz. Regular potato. Regular potato. Monster hunter. Wir brauchen Cow-Tipper. Time to farm. Wir könnten noch... Hast du noch Holz? Ich nehme die Fackel mit. Ja, hast du noch Holz irgendwie? Äh... Ja, eins. Ja, genau eins. Das geht sich genau aus für so eine Farmspitzhacke, Dix. So, warte mal. So eine Farm. So, time to farm. Stein. Stein. Hm. Ich habe eine Spitzhacke. Ja, nein, nein. Wir brauchen nur Stein. Dann kannst du mit den Sticks... Nein, ich habe eine komplette Spitzhacke. Warte, du kannst mal hier das nehmen, irgendwie. Äh... Das habe ich hier irgendwie schon. Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche die Tür. Ich brauche die Diorite ab. Oh, sorry. Au. Warte mal, du kannst dich wieder hochbauen. Gib mir noch zwei Steine. Gib mir einen Steine. Heelingstein. Äh... Ich kannst du irgendwie... Also, hier ist ein Schwert. Ja, Kraft du mal. Hot Topic. Okay, nice. Nice. Hot Topic. Hot Topic. Was war denn das jetzt? Also, getting an upgrade. Getting an upgrade. Hast du noch... Kannst du mal eine Steinspitzhacke machen? Warte, warte, warte. Ich... Ich muss selber mal machen. Dann habe ich das Achievement. Ich mache dir auch gleich. Ich habe auch keine Holz mehr gleich. Ja, ich kann mich weiter... Ich gehe drauf. Ich kann mich weiter runterbauen. Es gehen sich genau zwei Dings aus. Zwei... Hier ist Iron Ore. Ich mache mal eine... Red Stained Clay gehört da hin. Okay, warte mal kurz. Ich brauche mal eine Steinspitzhacke Reno. Was ist das? Hier steht Red Stained Clay. Red Stained Clay? Was haben wir das nächste? Oder Overpowered. Einen Ofen brauchen wir, Flo. Yellow Stained Clay. Ich habe immer noch alle Farben. Alle Farben? Ich glaube, da kriegt man auch noch irgendwie... In dem Raum. Ja, aber die sind die hier? Die meisten schon. Warte, ich baue mal da ein Dings hier. Achso, hier. Du hast schon einen Ofen gecraftet, oder? War der da? Ja, ja. Ofen habe ich schon. Ich bin jetzt in der Oberfläche, aber da ist gar nichts. Äh, warte mal, warte mal. Eins brauchen wir noch da mit der Chester Oberfläche. Wir brauchen Eisen. Eisen müssen wir schmelzen jetzt. Hier ist Eisen. Ich schmelze mal das Eisen. Oh, oh. Okay. Ja, ich habe nur mal wenig Dings hier, aber ich könnte eigentlich... Die Holzspitzhacke könnte ich eigentlich schmelzen. Au. Ich schmelze die Holzspitzhacke. Ich kann nichts machen. Wie wäre es, wenn wir einfach mal einen richtigen Aufweg machen? Ja, warte mal. So, jetzt kriegen wir gleich wieder ein Dings. Ja. Kann ich nicht eigentlich Dings machen? Warte mal. Brot müssen wir machen. Brot, 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 Brot. Äh, ein Kuchen. Ich baue eine Spitzhacke. Ja, komm, komm, komm. Kommt nochmal her. Warte, wie habe ich gerade verbrannt? Warte mal. Ich will einen schönen Aufgang machen. Schau mal, was brauchen wir da noch? Ähm. Ähm. Rail. Wir brauchen Rail. Diamanten brauchen wir. Glaubst du, das geht noch weiter runter? Fische. Kann man das Red Sand so machen? Bist auch der düngste. Ich brauche eine Spitzhacke. Ähm. Du brauchst eine Spitzhacke. Ich brauche aber auch eine Spitzhacke. Für das brauchst du eine Spitzhacke. Ja, dann will ich hochkommen. Jetzt stirbst du. Da baue einen Aufgang. Ja, gib mir die Spitzhacke. Ich baue einen Aufgang, okay? Ich brauche aber auch die Spitzhacke für meine. Du kannst aber an die Oberfläche zuerst gehen. Wir können jetzt an die Oberfläche jetzt gehen mit, ähm. Der ist eine Kiste frei. Hat er? Ich geh jetzt erst an die Oberfläche. So. Ja bitte, endlich. Äh. Warte, kannst du das so machen? Wir brauchen das. Für das Monument. Ach so. Das Rot, das Roter. Ach so, Orange brauchen wir, oder wie? Oh nein, du hast gerade meine obere Treppe zerstört. Fliege da abbauen. Pass auf die anderen Seite. Ja bitte. Äh, passt schon. Äh. Die Treppe ist komplett kaputt gemacht. Mach doch da! Ne, das passt schon, das passt schon, warte. So. Nein! Die komplette Treppe ist kaputt jetzt. Ja doch, das passt schon. Schau. Warte, schau. Du musst einen Jump Run machen. Easy, easy, so und so. Das ist eigentlich doch easy. Äh. Was machen wir jetzt? Ach so, Alter. Jetzt machst du Jump Run. Äh. Chest. Was ist da drin? Ne Golden. Ne Golden. Also ne Golden Dings hier. Ne Golden. Ey, bring uns Küppiskuchen irgendwas. Aus Essen. Äh. Efficiency 5 hat die. Haben wir Ding. Da vorne ist Heu. Ähm. Heu. 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 Okay, da kann man noch hoch. Falls es Zucker war. Ich hoffe, was du gibst, okay? Wir können einen Kilometer lang auf einer MyGuard Dings fahren. Weiß nicht, ob du das machen willst. Wir können Diamonds finden. Diamonds? Wir können, ich glaub, ich glaub das ist nix. Diamonds finden, dann weiter runter. Wir können Fisch fangen. Wir brauchen Eisen auch, gell? Wir können einen Notch-Apfel essen. Wir können Monster killen hier bei Nacht. Ja, guck, Monster haben wir grad noch nicht. Eine Kuh können wir killen. Ein Brot geschaft oder ein Dings. Ich glaub wir müssen Diamonds finden. Ja, lass mal weiter runter und schauen, ob es hier irgendwie äh. Schau mal. Bau mal ab. Eins von dem. Was? Eins von dem? Eins von den roten. Und mach das dahin. Geht das? Wie dahin? Also rein. Statt dem. Also warte mal. Ich glaub, warte mal. Geh mal nah ran. Geh mal nah ran. Da steht Red Stain Clay. Alter. Alter. Hier oben auch noch, glaub ich, oder? Alter. Monument complete? Das meine ich. Ja, das eine. Schau. Da ist Blue Stain, du musst hingehen, dann siehst du's. Ich glaub, das brauchen wir überall, oder? Wir brauchen alle Farben. Also was ist hier? Blue Stain. Nicht echt. Ja, 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 ja. Alles gut. Du brauchst erst ab, wenn wir da sind. Plus den Yellow Stain. Orange Stain. Ich glaub ein paar müssen wir färben, deswegen. Okay, Leute. Okay, das ist... Erst mal runtergraben irgendwie. Irgendwie hat Holz mehr, ist das Ding. Ich hab fünf Clay. Ein bisschen weiter, nachher kriegen wir wieder Holz. Weitere weiter, geradeaus nach unten. So. Ich hör den Spinner. Ich auch Spinner und so. Ich hör den Spinner. Äh, Minie, 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 Minie. Bei mir. Oh, Creeper und alles. Nein, Flo. Hast du ne Fackeln jetzt? Ich hole ne Fackeln. Ich hab gar nix. Aber ich hab wichtige Items. Oh nein. Warte, warte, warte. Nein, ein Creeper. Ein Creeper. Warte, bleib um. Nimm das. Und gib's in die Kiste, wenn wir sterben. Das ist wichtige Items. Okay, okay. Nicht das ist ein Creeper, das irgendwie. Ich geb's ganz wichtigsten Items, geb ich mal drei an. Ich geh nur mit Schwert und so. Warte, ich glaub, ich kenn die Spinner killen. Oh, ich hab Schwert. Nein, die sind falsch schon gestorben. Ah, ist nicht gut. Aber hier ist Kohle. Also ich hab auch Kohle, was bringt hier. Äh, ist ein riesen Minensystem eigentlich. Wieso können die nicht aushalten vom Border? Ich weiß es nicht. Ich glaub, die spawnen da einfach. Oder da unten ist, da unten ist ein Dungeon Flow. Außerhalb der Border. Aber Monster Hunter kriegen wir gleich, gell? Nein, geh weg, geh weg, geh. Du kriegst es. Alles gut. Äh, das geht ihr, glaub ich. Ja, das geht ihr gemeinsam. Iron ist hier. Iron, nice. Ich glaub, wir müssen Diamonds finden. Aber ich glaub, das dauert, glaub ich, noch eine Weile. Weil jetzt haben wir mal Eisen, ja? Eine Eisenspitze ist schon drinnen, wie man das sagt, ja? Oh, Eisen. Oh, Eisenspiel zocken. So, das heißt. Ein paar Mal durch irgendwie den Aufgang oder so. Den mach ich gerade. Kohle. Kohle. Kohle so notwendig. Ah. Ah, nee. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Äh. So, der Aufgang ist bissl, ja. Warte, warte. Wo bist du? Warte, warte. So, so. Warte. Ich hab so ein Efficiency, Dings. Krieg's. Ich brauch Items. Oh, ey, Dings. Oh, ne Gold, ne. Hau mir die Fischensie. Ich nehm das. Äh, Ofen. Äh, Ofen. Äh, jetzt weiß ich, was, äh, Kohle notwendig ist. So. Ist da vorne noch irgendwas? Ein Iron Barm. Geht's halt immer weiter und davon ist wieder Eisen. Müssen Diamonds finden. Ich, 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 ich schau. Ja. Ich will hier, äh, ich glaub, wenn man stirbt, spawnen einfach wieder oben. Also von daher. So, Gravel. Gras gibt's auch nicht, gell? Die können eigentlich rein, die Mops, oder? Von dem Border. Ich denk schon. Ich weiß es nicht. Bei uns ist es Spawner. Auch ein Licht irgendwie. Ich bau ne Spitzhacke. Ist der, unter uns gab's da auch noch eine Miene? Warte ich grad mal. Ich denk schon. Mache mal einen weiteren Runtergang. Ah ja, safe. 100%. Hast du ein Licht noch, weil es relativ dunkel grad? Die Leute sehen wahrscheinlich grad gar nichts. Kannst du Licht holen irgendwie? Eine Fackel? Ja, warte, warte. Ich kann eine Fackel holen. Aber dann haben wir... Oh, egal. Haben wir oben kein Licht mehr. Ja, oben. Ist halt eigentlich... Da passt schon auch wenn du in der Hand... Wow. Wow, 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 wow. Ich bin verkiftet. Schnell suchen. Nein, geh weg. Ich bin verkiftet. Ich kill die. Ich kill die. Ich bin verkiftet. Wow. Warte. Warte. Soll ich dich zuerst... Oh egal, ich kill die jetzt einfach. Ich glaube, ich boh. Oh! Jetzt haben wir zu spawnen ab. Ist mir egal. Wow. Wow... Es ist so... Was machst du noch? Oh lol. Kautopp. Äh, warte,brauchen wir nicht eigentlich mich? Me... Achso. Hast du grad alle kills? Flo, wir hätten die... Eine... Eine ist noch... Eine ist noch irgendwo. floh wir hätten die paren können mit wasser ich ja mit keine halle es ist noch irgendwo eine ich hatte noch ich glaube wahrscheinlich genau unter der creeper creeper die war verpackt wir haben noch welche creeper man wirklich ja creeper man darf sich mein zeug ran ja das war's haben wir keine spielzeuge mehr ne der creeper der ist irgendwie nur explodiert oben aber wir haben jetzt eine spinne wir haben jetzt rails hier das ist geletzt wo du schießt durch das gelächter in bord wir haben schlüssel den zweiten gekühlt oder ich hab's nein geweck geweck das ist spawner hast du dings weil ich habe kürbiskuchen warum ich die ob man euch die efficiency dings place mal da so ein dings wir können eine stunde lang fahren ja du mal nicht eine stunde ein kilometer place die fackel die fackel die fackel die fackel das ist nichts bauen die ganze zeit so ich hab gesagt du musst die verdammte fackel neben der dings ok ist er ist wieder eine kuh auch unten die crew ich habe ich habe gerade eine leute ist schon steinspitzeiak und alles lol der hier mit tools kraft ist vorhin easy jetzt alles meins so ne da ist wieder ja du musst eine fackel nehmen eine fackel nehmen du musst 31 fackel und ich habe gar nichts ich habe das ganze kür die ganze dings holzkohle folgen macht da ist da wird einfach wieder kommt alles gut ich sehe noch genug spinnen die nicht gehen können also hier ist der chest sting Bahnhof arthropods schwert mit sting 1 also das ding 1 mit so ne kraften dings drauf mit so ne die sind ja direkt oben ich bin die campen da aber das artrobat schwing schwert das ding oh nein floh komm her komm her du musst du mal weg gehen gell weißt du ich das war jetzt handlich ein Stück fest muss den schwert weg brauchen so kriegt man nicht mehr raus wow ok ok nice ich habe alle ok wer war da nicht drinnen hast du auch eine spitzhecke ja auch nur die eine hacke spitz eine spitze hacke die kür ich glaube es ist eigentlich eh schon so gut wie fertig wie das folge oder ja für die folge schon also wenn ihr irgendwie wissen wollt was da wie es da weitergeht oder so nächste folge werden wahrscheinlich mehr fortschritt hier machen ja wie gesagt lasst ein like und ein abo da und schaut beim flow vorbei oh mei ja dann lasst ein like und ein abo da und ciao ja 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 ja